Fand nichts an, was ihr nicht zu Ende bringen könnt! Auf die Beinchen, komm schon! Nicht in den Kopf! Woogie woogie? Vielleicht kommen wir später noch zu dem Ufer. Mal sehen. Wir speichern erst mal. Haben wir ja noch nicht so oft gemacht heute. Nein, das sind nur gräußliche Texturen. Da haben wir wieder einen Albino. Ja, 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 ja. Macht Platz. Da bei Ugoi. Hoppla. Ja, ist er. Ich will doch nur nachladen. Danke. Tja. Sein Pech. Dankeschön. Leder. Da oben sind Pips und Blue und wollen ihm ans Leder. Kickball gleich doppelt Leder. Was ist das da oben? Was ist das da oben? Nein, ich kann nicht. Nein, ich kann nicht. Sorry. Es ist viel zu spannend hier. Tut leid. Aber soweit ich weiß, guckt er mich ja nicht, weil ich geradewegs von einer Quest zur nächsten laufe. Luca World Radio Signal verloren. Schade. Und wieder gefunden. Und wieder verloren. Doch jetzt wird's uns angezeigt. Rums. Das wäre der eine. Ein leuchtender. Ja, nee. Ist klar, du. Ab mit dem Kopf. Natürlich. Wo auch immer die jetzt hinwollen, ich werde ein Sheet machen und ihnen nachlaufen. Ich werde ihnen nachlaufen, oder? Das könnte er jetzt durchaus spannend werden. Ein Sheet sind die wegmäusschenden Sheet. Die haben sich nur versteckt, bei denen wehtun. Ähm, 16. 30. Ja, immerhin. Okay. Danke. Fang nichts an, was ihr nicht zu Ende bringen könnt. Auf die Beinchen. Komm schon. Nicht in den Kopf. Oh, dein Arm. Und jetzt, großer. Daneben. Ernsthaft? Du willst mich jetzt anwerfen? Hau ab. Was ist das? Böser Bär. Bärenjagd macht mir jetzt fast schon Spaß. Die sind fast mehr Challenge als die, als die Todesclown. Muss ich ehrlich gestehen. Wahrscheinlich aber auch, weil hier so die... Du kannst nicht weiter in diese Richtung. Mir reicht allein der Ausblick. Danke. Ähm. Wahrscheinlich auch, weil die im Rudel und Leuchtend und Mega und Giga und Albino und was weiß ich noch alles daherkommen. Könnt eigentlich mal Licht ausschalten. Habe ich jetzt schon mitbekommen, wo wir hier sind? New Coral und Kraftwerk. Natürlich. Wo sonst? Ich höre was. Da zappelt dann schon wieder irgendwas. Bevor wir reingehen, lass mal die Gegend rundherum unsicher machen oder sicher, je nachdem. Hübscher Parkplatz. Nett. Nett, nett, nett. Das könnte jetzt umsonst sein, aber ich muss einfach nachgucken. Ne. Wo, wo, wo? Ach, hier. Zwei von dreien. Zwei von dreien. Dankeschön. Eine Leitung ist sogar noch ganz. Ich bin begeistert. Die haben eh kein Leder oder? Nur Rattenfleisch. Ja, schade. Das wäre es halt echt gewesen, wenn du hier rüber irgendwie ins Kraftwerk rein kannst, komme ich wenigstens hier hoch. Langsam, aber doch, wollte ich sagen. Ja, vielleicht. Ja. Aber hier nicht mehr. Doch. Gut, dann hätte ich gesagt, oben rin bei der Tür hat hier eine Leiter aufgestellt. Ach, was weiß ich. Pips, bist du noch irgendwo? Da hinten, oder? Ja. Okay. Passt. Dann mal kurz speichern und rein in die gute Stube. Hier brauchen wir eindeutig Licht. Was für... Hier aber... Alter! Da hinten. Nach daneben. Ach, jetzt kann ich... Du hast einen Fehler gemacht. Hier hast du dich dafür. Okay, coole. Wissen wir auch, was hier auf uns wartet. Okay. Eigentlich, das brauche ich nicht unbedingt. Ich wollte gerade sagen, wird ein bisschen wählerischer sein bei dem, was ich mitnehme. Und sammle gleich mal alles ein, was hier rumliegt. Okay. Sorry. War nicht geplant, dass es in Schritt geht, aber... Okay, so weit, so gut. Nix. Okidok. Hier ist es halt mal richtig dunkel. Nein. Ich höre doch Gas, oder? Nee, das ist nur der Generator. Grüß dich. Optimiert und agitiert, verbessert und automatisch. Laserpistole. Pip. Hey! Du kannst nicht mehr tragen. Gib mir mal die... ...die hier. Und nimm dafür die hier. Und... ...ja. Was gibt's denn zu tun? Ähm... Mein Inventar gibt's mal zu tun. Die kann mal weg. Okay. Okay, danke. 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 Es ist so verdammt ruhig hier. Hm. Das muss ich leider mitnehmen. Hm. Nee. Knuspriges Eichhörnchen ist nicht so... ...das, worauf ich abfahre. Hm. Es ist wirklich verdammt ruhig hier. Auch wenn ich mich wiederhole, ist... ...unheimlich. Insta-Kirchen brauche ich nicht... ... oder eher damit. Äh, nein. Nein. Schöne Lampe, aber... ... danke. ... danke. Hoch oder runter? Das ist jetzt die gute Frage. Ah, Teddy Bär. Mit Nuka-Cola. Noch ein Teddy Bär. Arbeiter Teddy Bär. Gehen wir mal hoch. Hier geht's nicht raus. Okay. Auch niemand zu Hause. Okay. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Das werden wir... Hm. Die wollte ich übernehmen. Was hast du vor? Das werden wir durch diese Anlage hier gerade noch überstehen. Passt. Andererseits könnten wir... Das Plasma-Gewehr möchte ich nicht wirklich... Ein bisschen was noch weglegen. War hier... Ach so. Die habe ich gerade abgelegt. Gut. Dafür nehmen wir das mit. Und dann ging's runter. Heute ausnahmsweise nicht. Ich sehe einen Nuka-Quantum. Oh, und ein Faultier. Ah, süß. Man hat hier die Zeitung gelesen. Gut zu wissen. Man legte Wert auf Neuigkeiten. Wenn es hier eine Story gibt, werden wir sie finden. Naja. Viel Story wird's hier nicht geben, Mädchen. Viel Story wird's hier nicht geben. Wo wir hier weitergehen. Okay. Die Tür ist ja genau für den Hugo. Aber zwecks der XP könnten wir sie öffnen. Das wär's. Das wär's. Okay. Hier ist aber keine Alpha-Wand, oder? Nee, die Pfosten sind nur sehr breit. Okay. Hier kommt man nur wieder hier zurück. Hier gibt's aber nicht wirklich was Interessantes. Ähm. Ich muss jetzt speichern. Nee. Hi, Pips. Ich bin wieder da. Da vorne ging's auch nirgends hin. Dann. Nächster Halt unten. Nuka-Mixerstation. Nimo-Auswahl. Nuka Cola. Nuka Buzz. Nuka Shirt Fancy. Nuka Fruity. Wauw. Wie cool ist das denn? Nett. Besser das Terminal. Pips. Ich wollte auch mal versuchen, ob ich die Feuerprobe bestehe. Aber das ist jetzt Zeitverschämter. Wer nicht herausratet, ist kein Blick wert. Ich kann niemand mehr toppen. Ach. Rudelödländer. Okay. Dann. erklärt vielleicht auch, warum es im Rest der Fabrik so ruhig war. Prostmann-Uniform brauche ich nicht. Hier waren wir schon. Schnauf, schnauf, schnauf. Dann lasst uns mal sehen, ob wir mit einem gewissen Pattern diese Firm knacken können. Danke sehr. Nice. Eine X1. Nichts geht rein mit uns. Und schon sind unsere Gewichtsprobleme behoben. Nicht ganz. Wir dürfen den anderen Banden nichts tun. Es ist aber nicht verboten, sie dazu zu bringen, sich was zu tun. Keiner von uns ist traurig wie in Kota. Aber vermasselt das nicht. Ich kann nicht noch einen Ölkanister mitnehmen, wenn ich sowieso schon überladen bin bis zur Hut-Schnur. Aber ich kann Düngemittel mitnehmen. Komm schon, Blue. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. Ey. Sag einfach Bescheid. Achte nicht auf die Unordnung. So, du nimmst mir also was ab, Mädchen. Ach, jetzt auf einmal geht's? Ja. Hö, 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 hö. Das ist aber nicht sehr viel, was du mir hier abnimmst. Ich bin jetzt auf einmal. Oh, I can sing, I can dance, I can learn the smooth moves I will do anything you ask me to do Jump out on the stage, get locked up in a cage, direct your Glitter and a touch of glamour Wanna impress me, show me real amour Flower curtains, rose petals on my bed I'm your sweetheart Every new day, a new chance for success The sooner the better, cause I'll be the best But I draw the line at getting a dress And I'm a director Oh, I can sing, I can dance, I can learn the smooth moves I will do anything you ask me to do Jump out on the stage, get locked up in a cage, direct your Mr. Director I will do anything you want me to do Hey, Mr. Director Anything, anything for you I can sing, I can dance, I can sing, I can dance, I can sing Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Vielen Dank.